hallo und herzlich willkommen was ist denn hier los wir sind bei magica 2 angekommen und der firefox dreht komplett am rad ja guck dir das an hier voll im bar ich merke das schon ich hab wir haben glaube ich das ist glaube ich der wächter modus den du hast ja ja ich glaube die zweite ausprobieren mieten geben werde ich mal ausprobieren jetzt muss ich das gleiche das ist ja geil das ist nämlich guck mal hier können wir gar nichts mehr das ist cool aber ich denke mal schon dass die monster auch mitgeheilt werden ja das besorgt das muss man gucken wir schauen mal so viel ist aufgeladen dann gehen wir mal hallo wer ist er denn wir täten gut daran die handlungen von tiere nicht aus menschlicher sicht zu beurteilen herr vom einmal jubel außer bei gras hüpfen diese viecher machen machen mich schau dann ich habe ich habe ich mir damals aus diesem megalithen wurde das abbild einer unbekannten kreatur geschlagen ich sage nicht dass es ein außerirdischer ist es ist ein außerirdischer dass die hinten so ein geheimer weg das ist aber schon wieder mega im war jetzt und wenn du jetzt noch die vögel dazu an hast und ich spreche dadurch dass ich das wirklich weiß ich wird bei dir auch die regierung die regierung wird auch schneller und vor allem guck mal wie schnell ich das hier aber poppen kann und weg 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 das ist schon übel das ist echt ich glaube hier sind secret victoria secret ich glaube hier ist kein secret ich bin tot ich auch ich hole mich mal da ich denke mal das könnte eine gute taktik werden auf jeden fall Aua, da ist doch einer, da ist doch einer Ja, da kommt nicht raus, das ist okay So, jetzt aber Okay Das ist, das Ding ist absolut über, oh warte mal Das sind Schalter mit Strom dran Hey Wie können wir den Schalter ohne Ach, du hast Wasser rumgemacht, ne? Ja, okay Das siehst du, geht doch Ich heile dich Was zur Hölle So Oh, das ist, das Ding ist genial Okay Ey, das ist Hammer Oh, jetzt hast du mich erwischt Oh, ich schade mich für was Ach so, du warst das Ja, ich wollte Heilung wirken, aber irgendwie war ich total zurück Oh, sehr gut Also das, das, äh, vielleicht geht es doch besser Oh, ich bin tot Jetzt bin ich gerade tot gewesen Oh, wir müssen unsere Dings wiederholen Ja, ja, ja Ich bin tot Okay, geht los Wir brauchen dringend unsere Fäde da Ach, du hast sie Ja, ja, ich hoffe Aua, nicht mich Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin, ich ne? Herrgott Ey, was ist denn hier los? Ich hab auch einen leichten Übersuch verloren Ich glaube, ich bin tot Ups Ich hab jetzt der Modus aktiv Nein Was machst du? Kühl Ich hab jetzt Rahmen Verdammt Boah, sie sind resistent, die Viecher Meine Fresse Ähm, ähm, ähm Oh Gott, wo bin ich denn? Durch das, durch das ständige Weg-Zappen Oh, jetzt bin ich tot Ich bin tot Will ich Aua Ich, äh, bin glaube ich gleich tot Der heilt sich hier Der ist totresistent Deshalb Was ist das denn? Lebst du noch? Ja, ich lebe noch Ich hab null Übersicht Oh, ne, doch nur los Oh, meine Fresse Das ist richtig extrem Aber cool Eher mir Feuerbox, Feuerbox vier Danke Äh Ja, ja, schön Vier, 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 vier Geht doch nicht So Mhor Aua 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 Sie sind gegen Eis. Und gegen Feuerblitze. Meine Fresse. Okay, der Letzte. Wow. Ich äh... Krass. Also... Boah, das war gerade irgendwie heftig. Oh, großer Mann die Tue. Geht nicht. Hier ist Wasser. Aber ich glaube, das klingt nicht. Da geht es nicht weiter. Oh. Oh, ich bin tot. Ich habe mich gerade öffnet. 4HP, okay. Das Geräusch. Aber sowas von Safe Point. Oh, mir tut schon die Hand weh. Warum sind die Vögel und die Tiere alles hier so eine... So Lego-mäßig, ne? Oder Playmobil. Oh. Hast du schon gewusst? Das salzende Meere stand hauptsächlich aus Valkadavern. Also Valkadavern. Wenn es den Flüssen Wahlen gäbe, wären sie auch salzig. Hm. Ist das so? Scheinbar. Na, wenn er das sagt? Hier ist irgendwo Musik gerade. Oh, Französisch, Plumare, Jacques. Sag grüß, Freunde, in Bademantel. Sucht ihr den Wach zu den Heisequellen? Ach, Vlad. Wo ist sein Arm? Bei mir blutet er. Bei mir ist ein Haken. Und bei mir kommt er Blut raus. Okay. Lock ist doch mit sie. Ja, ich fühle mich. Ja. Toll, Vlad. Ist das nicht gut. Toll. Verdammt. Ich bin gleich tot. Warum? Weiß ich nicht. So, quack gemacht. Die sind mega empfindlich gegen Blitz anscheinend. Aber auch gegen Tod. Oh. Oh ne. Entschuldigung. Oh, was ist das? Boah. Was war das? Jetzt kommen sie von oben oder was? Vorsicht. Okay. Oh, nicht die nächste Welle. Äh, weiß nicht. Guck mal, die Blumen wachsen unter uns. Ist echt cool, ja. Oha. Ah, ich hab die falsche Taste gemacht. Machst du den Baumstamm kaputt da? Ja. Oh, oh. 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 Ich fackel ihn einfach nieder, also. Oh. Oh. ok das ist ein gefühlter stahlstand das gefühlte ich glaube ich habe jetzt immer wieder oder? Mhm. Immun. Ne, ist Immun. Mhm. Come on. Okay. Ähm, ich hab sie geheilt, sorry. Äh, tot. Äh, tot. Okay. 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 Ich glaub, wir müssen einfach weitergehen. Irgendwie... Ja, das ist richtig. Aber wenn die Wellen kommen, kannst du eine strengigen Lune. Doch, einfach weitergehen. Aua. 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 Der blitz ist scheiße. Ja, aber der schlägt noch nicht rüber. Ja, der schlägt noch. Deine Hände Wie war er? Aua! Au! Auf! äh tot jetzt bin ich tot äh tot Oh Gott! Nein, tot! Wie kommen wir hier nicht sofort? Ich bin tot Oh, da bin ich ja wieder Ey, die tot Wir müssen diese verdammten Dings hier öffnen Was ist das denn fündlich? Ich bin tot, hast du das unten schlagen mit dem Stab Wie war das nochmal? Schiff-Taste und rechte Maustaste Okay, jetzt war ich schon wieder tot Oh, jetzt bin ich tot Oh, meine Fresse Ich fäng fest so Ich bin tot Ich bin tot Oh, gimme a break Nein Ich bin tot 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 Und raus Genau Ja, dann wünschen wir eine gute Nacht Einen schönen Tag Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid Wir winken in die Kamera Tschüss Tschüss